Nichts wie weg Ist mir eine Idee Aber wisst ihr was, wir haben noch Tyralion Warum machen wir das nicht so Zack Und schon alles aufgedeckt hier, was wir wissen müssen Okay, so viele Truppen hat er noch nicht mal Das ist noch nicht mal das Problem Nur, dass der halt so zwei Todes Oh, Korrektur, er hat sehr viele Truppen Aber fast keine Lufteinheiten Warum fällt mir das erst jetzt auf Und warum habe ich nicht schon längst ein paar Greifen ausgebildet So, wisst ihr was Ich würde sagen, ich ziehe mich erstmal zurück Weil der hat doch ein bisschen viele Truppen Da muss ich doch ein bisschen meine Taktik überdenken Nichts wie weg Ihr geht mal bitte zurück Macht mir eben den Axtwerfer platt Bevor der unsere Katapulte Äh, Ballisten Verdammt, warum sag ich immer Katapulte Bevor der unsere Ballisten platt macht Nichts wie weg Genau, ihr gebt ihm mal bitte Geleitschutz Ach, ich bin schon wieder am Hoflimit Warum sagt mir das denn keiner? So, da ich wirklich mehr als genug Gold habe Baue ich direkt noch einen weiteren Greifenhorst Geht er down So, ihr verzieht euch mal hier in die Basis Brauchen Sie Unterstützung So, was macht ihr da oben? Da sollt ihr nicht hin Ach, das sind doch gluckische Augen Echt jetzt? Du kommst von da unten, du mieser Penner Du mieser Sack Aber man muss sagen, äh, das ist jetzt nicht so doof, was der gemacht hat Nicht so doof wie der Drache jetzt hier gerade war Zumindest Ja Ja Nichts wie weg So Und direkt greifen, greifen und nochmal greifen Wir lassen dann nochmal direkt diese Türmchen reparieren Und ich würde sagen, wir schicken unseren Magier Spaßeshalber mal vor Ja, nur, wer kommt denn da? Ach, da kommen wir wieder mit seinen Trollen Oh, ich hab ne Idee Wir gehen nicht mit unserem Magier hervor Sondern mit unserem anderen Also, wir gehen mit dem Magier hervor Aber wir machen hier einfach mal einen kleinen Blizzard hin Und gucken mal, was dabei rauskommt Würde ich sagen Alles klar Alles klar Und damit dem nichts passiert Machen wir gleich noch einen Magierturm Und, also, was heißt damit dem nichts passiert Natürlich wird dem was passieren Aber, ähm Sodass wir ihn schnell ersetzen können Deswegen bauen wir direkt noch einen weiteren Magierturm Wie viel Gold hat der denn? Wahrscheinlich zu viel Ach, 13.000 und noch Das ist ja gar nicht mehr so viel Und so viel Peons wie der da rein schickt Würde ich sagen Könnte ich tatsächlich mal eben einen Entbehren Der vielleicht hier mal ein paar Weil das ist ja die nächste Goldmine Und wenn ich jetzt hier einfach mal ein paar Türme nebenbaue Das wird dem bestimmt ganz schön stinken Moment, habe ich nicht meinen Magier gerade losgeschickt? Ach, da ist er ja schon Schön Warum sie unterstützen Alles klar Wie sie wünschen Nein Sehr schön Sehr schön Na, wobei Komm, opfern wir dem Magier Ist egal Auf jeden Fall hat er schon mal gut Schaden gemacht Und einiges an Truppen von ihm dezimiert Das finde ich sehr schön Wir greifen uns an Upsa, Moment Oh nein Jetzt marschiert er Hier rüber Das finde ich gar nicht schön So, aber ich habe ja schon den ersten Griven fertig Zwei Greifen habe ich schon fertig Korrektur Weißt du was, wir lassen den kommen So, und du darfst hier ruhig weiter Holz hacken So ist das jetzt nicht Und du pump mal schön deinen Mana leer Das finde ich gut So, weil meine Elfen leider ein bisschen schwach auf der Brust sind Müssen wir mal eben hier ein paar vorschicken Boah, wie unkordiert könnt ihr eigentlich da rüber reiten Ne, das ist unglaublich So Ja, da kommen noch ein paar Oh, da sollte ich aber auch mal eben Hinzwecksintervention Ich würde es nicht in meine Hand dafür ins Feuer legen Dass jeder so viel Schaden bekommen hat Ach, das ging doch Das ging doch mal ganz gut, klar Ja, immer schön die eigenen Einheiten beballern Okay, wisst du was Ihr zieht euch jetzt mal ganz schnell zurück Ich möchte ungern ein paar Ritter opfern Vor allem wenn es komplett unnötig ist So, dry greifen Das ist doch mal schön Was machst du eigentlich hier und du da oben Ich würde sagen, ihr könnt euch schon mal sammeln Okay, die Todesritter sind Gott sei Dank nur Stufe 2 Das heißt, sie haben zwar den Todesmantel Aber noch nicht irgendwie tot und verfallen Vermutlich zumindest Na, da kommt schon wieder der Drachenlord angeflogen Bereiten wir ihm mal einen gebührenden Empfang Dankeschön, dass du so blöd warst und ein bisschen noch durch die Gegend geflogen bist Sie greifen die Stadt an So Nichts wie begrüßt die anderen Gucken wir das mal bitte da oben Da jetzt gerade ein kleiner Angriff kommt Vermutlich waren wir denn dann klein, wenn wir nicht provoziert haben Müssen wir mal eben hier für eine gewisse Defense sorgen So, und jetzt haut ihn eine rein So, wie schaut's aus? Ja, bald haben wir schon So, und wir vervollständigen mal eben unseren Plan Hier hinten ein paar Tümchen hinzubauen So, und sobald meine beiden Ich wollte gerade sagen, sobald meine beiden Gryphon hier fertig sind Gebt ihr ihm mal bitte Geleitschutz Na, kommen ein paar Ballisten könnten wir auch noch vertragen Damit die Tümchen auch wirklich mit einer Salve alle platt sind So, wer ist hier der Angeschlagene? Du Noch jemand Und da kommt schon der nächste Angriff Genau, trollt euch immer selber, indem ihr euch hier verbessert Das ist sehr schön, weil das immer so schön viel Zeit in Anspruch nimmt Warum auch nicht Warum auch nicht? So, ihr fliegt da mal hin Wo ist mein Mage? Da Was kommt da nur in Auge? Okay, dann hast du jetzt die Gelegenheit, da hinzugehen Sehr gerne Und da einfach mal eben was reinzubuttern So, und schon ist es soweit Und er sucht sich die nächste Goldmine Wir müssen mal schauen Ja, er geht tatsächlich nach da oben Jetzt habe ich leider in dem Plan ein bisschen verzögert Und ich befürchte, er kommt jetzt direkt mit einer schlagkräftigen Truppe dazu Jawohl Rette dich mal in die Goldmine Was soll ich tun? Verdammt Aber egal Ihr bleibt einfach hier und bringt einen Peon nach dem anderen um Versucht euch nicht gegenseitig umzubringen Das wäre auch toll Wobei, da hier unten, da es ja den einen Turm da zerrissen hat Ach komm, ihr könnt direkt hier bleiben Hau mal direkt den hier einen rein Soll ich dir zur Seite ziehen? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen großkotzig mit meinem Geld, muss ich sagen Hm, Zeit für ein paar neue Greifen, würde ich sagen Habe ich noch zwei, die Gold holen? Oh Mann Ja Warum auch nicht? Ja, ihr wisst schon, was er tut, ne? Päons töten Das könnt ihr Das mögt ihr Das wollt ihr So, ich sollte aber trotzdem nochmal gucken, ob ich nicht irgendwo noch einen Bauarbeiter rumstehen habe Der, also einen Arbeiter Da Habe ich einen stehen, der nichts zu tun hat Dann gehst du doch mal bitte hin Und baust ein Tümchen Ach nö, auch noch mit Blutrausch Ich glaube, jawohl Hm 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 Ja, es war so klar, dass Ja Ja, genau Es war einfach klar Okay, aber Ich meine, dich heilen wir jetzt erstmal hoch Ich würde sagen, ich sollte mal langsam so angreifen So, ihr macht mal bitte das Tümchen da platt Dann haben wir das auch nicht mehr im Weg Würdest du bitte eben schon angreifen, bevor der angreift Danke Mein verbindlichsten Ja, das dürfte es für den Zeppelin gewesen sein Sehr schön Ja, wird es denn gehen, ihr Lieben Na gut, dann haut halt ihm einen aufs Maul Sie greifen uns an Okay, oder doch besser Verpieselt euch Weil So viel möchte ich dann doch nicht verheizen Hatte ich nicht gerade noch einen Arbeiter übrig Egal, der nächste, der hier rauskommt, den werde ich übrig haben Denn unser Tümchen braucht mal ein bisschen Zuwendung Ey, was, ihr sollt hierbleiben? Was stimmt denn nicht mit euch? Warum wollt ihr jetzt auf einmal wegrennen? So, und schon sieht es wieder rosiger aus hier So, ich sollte jetzt aber nicht Ewigkeiten hier noch rumtrödeln Sondern doch mal ein bisschen was machen Lassen wir schon mal greifen technisch nach So Immer schön alles plätten an Peons Sehr schön So mag ich das Auch wenn ihr euch möglicherweise aber selber ein bisschen aufs Maul haut Das ist jetzt nicht so schlimm Und was machst du da vorne? Ja, sterben anscheinend Boah, den hat es jetzt ziemlich zerrissen Aber das sagt mir auch Ich sollte euch ein bisschen weiter nach hinten stellen So, ich würde sagen Wir hungern den tatsächlich eben kurz aus Das sollte jetzt nicht allzu lange dauern Der wird zwar genug Gold noch auf der hohen Kante haben Aber auch nicht mehr so furchtbar viel Apropos nicht mehr so furchtbar viel Gold Wir haben auch nicht mehr allzu viel Sie greifen uns an Nein, ihr greift euch nur selber an Aber das ist nicht schlimm Weil ihr tötet sehr viele Peons Und das finde ich sehr gut So, und der wird natürlich fleißigst neue Peons Oh, und der wird auch Weißt du was? Ich hole mal eben meine Bodentrüppchen dazu Ah, okay, okay, okay Der geht doch zurück Gut, alles da Nein, dann könntet ihr doch da bleiben Ich dachte nämlich, die kommen zu unseren Greifen Hätte ich natürlich unbedingt gut gefunden Ah, einer kommt zu unseren Greifen Na gut, aber den kriegen wir wohl platt Tatsache, wir kriegen ihn wirklich platt Hui Sie greifen uns an Warum stehst du als einziger hier vorne? Was stimmt denn nicht mit dir? Was soll das? Was soll das? So, wo ist unser Soldat in der Truppe? Da Das da oben ist allerdings schlecht Ihr Dreckschweine, ey Aber gut, an der Ecke Ein Kanonenturm ist sowieso Naja, nicht sinnlos Möchte ich nicht sagen Aber Ein Wachturm wäre sinniger So, ihr könnt schon mal da hinten So die Katapulte und so Platt machen, wenn ihr wollt Wenn ihr denn mögt Wenn ihr Interesse habt Schon unterwegs Sie greifen uns an Ups Jetzt aber Ehren schnell weg Weil die werden euch in der Luft zerreißen Ich überlege gerade, ob ich nicht mal so langsam aber sicher angreifen will Wer ist denn hier der andere angeschlagen? Ach, du warst noch angeschlagen Okay Ich würde sagen, ich sollte mal wieder den Zaubertrick Nummer 1 machen So, der hat ein kleines Peon Problem Der hat nämlich, glaube ich, nur noch einen Moment, wo geht er lang? Oh, nee Geh mal bitte da oben lang, mein Lieber Also irgendwie bufftechnisch muss ich sagen Sind die Magier ja doch relativ arm dran Weil die haben ja nix irgendwie um Einheiten zu buffen Das einzige, was es ist, ist ein Flammenschild Und das ist ja kein Buff in dem Sinne, muss ich sagen So, du kriegst leider am meisten ab Deswegen park mal eben hier oben Na, greifen wir ruhig die Stadt an Das ist nicht schlimm So, ich weiß jetzt Ich würde denn mal was versuchen Das Gebäude hat zwar überhaupt keine Relevanz Aber ich hoffe, dass dann alle Einheiten reinrennen Und weil die ja versuchen, hier oben an der Kante entlang zu laufen Dass dann alle Einheiten in den Blizzard rennen Das ist so die Hoffnung, die ich habe Hat er noch Peons? Ja, der baut einen nach dem anderen Obst du, lock mal jetzt bitte nicht irgendwelche Einheiten hier hoch Ich habe dich gepflegt Ach, guck an, die Goldmini ist platt Würde ich sagen Wir warten noch ein bisschen Ich guck mal, ob mein Plan so aufgeht, wie ich mir das vorstelle Mal sehen, kommst du hier unten hin? Ja, kommst du, aber es bringt gerade leider nichts Oh doch, es bringt sogar sehr viel So, das war's jetzt leider Aber wir haben wenigstens ein bisschen was von ihm zerrissen Und das finde ich wiederum sehr tröstlich Ja, ich weiß, ich lasse mir Zeit, aber ich bin ja ein gewisser Genießer Jetzt muss ich erstmal den hier genießen Und wie ich ihn genossen habe Ja genau, pack noch mehr Ressourcen in sinnlose Reparaturmaßnahmen So, du gehst auch schon mal hier hoch Du wirst nämlich nochmal das gleiche machen wie dein Freund gerade eben Und ihr werdet mal eben den Ogre töten Dankeschön So, ihr parkt mal wieder hier hinten Fällt gerade auf, ich habe ja doch diverse Bogenschützen Ah, ne, Moment, Moment Ich habe ja relativ wenig Gold, da muss ich aufpassen Nicht, dass ich es mir jetzt damit zerschieße Dass ich irgendwie nicht auf mein Gold achte Und deswegen meine Arbeiter verheize Oder sowas Ich würde dazu gerne hier schon ein Dings hinbauen Aber Solange er noch Angriffswellen schickt Ist mir das offen gesagt ein bisschen zu unsicher So, aber Ich glaube, der hat nichts mehr Ne, der hat nichts mehr Sehr schön Der hat keine Peons mehr Das ist gut Denn das heißt Da kommen jetzt gerade die letzten Truppen Die er noch so rumstehen hat Auf uns zu Und Gelüsten danach Von uns vermöbelt zu werden Dann wollen wir ihre Gelüste mal stellen Und ich würde sagen, wir rücken dann jetzt endlich mal vor Ja, ich muss sagen, das mit dem Feind von der Goldmine fernhalten funktioniert Immer besser gefühlt So, wir machen erst mal ganz in Ruhe da vorne hin Moment, da fehlt da noch einer Jawohl Für die Allianz So, und du mein Lieber Du kannst schon mal da oben was aufdecken Weil hier haben wir jetzt nicht mehr viel zu befürchten Und deck mal da oben bitte die Insel auf Dankeschön So, wir halten mal eben alles hier noch an Elfen hoch Ja, so sieht's hier oben aus Relativ sparsam Also, Holz hat er Würde mich nicht wundern, wenn er sein Gold auch schon aufgebraucht hat Hat er, glaube ich, tatsächlich Weil ich seh nur Weil wenn man so viele Holzhacker hat Ach, fuck, geht das? Ja, das geht Schön Problem gelöst Ah, da kommt das nächste Problem, oh Gott Und ihr mal bitte mit vorrücken So, ich schick euch mal in den vermutlichen Tod Aber ihr müsst diese Todesritter ausschalten Denn die werden mir sonst gefährlich Weil die wahrscheinlich direkt drei bis vier Einheiten instant weghauen Und da hab ich keinen Bock drauf So, aber macht's nicht ganz so dämlich Sondern kommt einfach mal von links So, dann haut sie bitte einmal weg So, und einmal bitte den anderen Todesritter Wobei, Moment, den kann ich wegexorzieren Okay, Thema durch Ach komm, flieg mal weg So sinnlos muss ich euch dann doch nicht sterben lassen So komm, der hat jetzt sehr viele Türme Und da will ich jetzt nicht noch sinnlos Truppen verheizen Deswegen macht ihr das mal bitte Ah, Moment Äh, ich dachte irgendwie das reicht Ach komm, egal, haut mal mit drauf So Hat er noch einen Turm? Hier unten zwei Ja, komm Die machen wir noch eben so platt Der Rest darf hier einfach schon mal wüten Wir haben ja wirklich jetzt nichts mehr von dem zu befürchten Ich tue das mal eben zurückfliegen Ach komm, ihr macht mal hier oben das Gebäude platt Hat hier da ein bisschen was zu tun So Guck, wisst ihr was? Ich packe euch einfach mal hier Und ihr dürft rumballern, wo ihr wollt Wir toben uns ja ganz in Ruhe aus Und jetzt können wir auch mal hier hinten unser nächstes Rathaus bauen Mal gucken, wie nah wir rankommen Weil, nee, wisst du was? Ich baue das einfach hier zwischen Weil dann haben wir hier schön zwei Minen einigermaßen in Reichweite Jetzt nicht in unmittelbarer Nähe, aber in Reichweite Und das wiederum finde ich ziemlich gut Dann baue ich dann noch ein paar Türbchen nehmen Dass auch den Leuten nichts passiert, wenn sie da arbeiten Und alles wird extra knusprig Oh, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen Ich muss ja einen Schluck trinken Sekunde, bitte Ah, Entschuldigung Ohne Öl läuft die beste Maschine nicht Bei uns doch die Physik Bei uns darf ich... Euer... Ich will das auch unter den Vergleiche Meine Stimme Ich will das auch der Aufstehen